Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wenn du die Energie des Tages genießt, Skorpion, spürst du vielleicht eine gewisse Schwere, die auf deinen Gefühlen lastet und dazu führt, dass du dich in einem emotionalen Schwebezustand befindest. Es ist, als ob deine sensible und liebevolle Natur, die du sehr schätzt, von deinen Mitmenschen nicht richtig gewürdigt oder erwidert wird. Die Diskrepanz zwischen deiner inneren Tiefe und den oberflächlichen Interaktionen in der Welt kann manchmal entmutigend sein. Inmitten dieses emotionalen Kampfes besitzt du jedoch eine innere Stärke, die es dir ermöglicht, durchzuhalten und darüber hinaus zu wachsen. Es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass dein Wert und deine Bedeutung nicht durch äußere Bestätigung, sondern durch deinen eigenen Glauben an dich selbst definiert werden. Während die Welt um dich herum vor Energie und Aufregung nur so strotzt, sehnst du dich vielleicht nach deinem eigenen Rückzugsort, nach der Ruhe und dem Komfort deines Zuhauses. In dieser schnelllebigen Welt kann es schwierig sein, sich Zeit für Entspannung und Selbstfürsorge zu nehmen. Dennoch ist es wichtig, deine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen und Raum für Erholung zu schaffen. Gönne dir den Luxus, dich von den Anforderungen der Außenwelt zurückzuziehen und in ruhigen Momenten der Besinnung und Selbstversorgung Trost zu finden. Mach dir die Kraft des Nichtstuns zu eigen, denn in diesen Momenten der Stille kannst du dich mit deinem Inneren selbst verbinden und deine emotionalen Batterien wieder aufladen. Inmitten der Herausforderungen, mit denen du konfrontiert bist, ist es wichtig, dass du dir über die Auswirkungen bestimmter Substanzen auf dein Wohlbefinden bewusst bist. Schwarzer Tee und Kaffee mögen zwar vorübergehend beruhigend wirken, aber sie können mit der Zeit auch deine Sehkraft schwächen. Um diesen Effekt auszugleichen, solltest du pflanzliche Heilmittel wie Augentrusttee in deine tägliche Routine einbauen. Dieses natürliche Heilmittel wird seit langem dafür verehrt, dass es die Augen stärkt und revitaliert. Außerdem kann eine Ernährung, die reich an Beta-Karoten ist, die notwendigen Nährstoffe für eine optimale Augengesundheit liefern. Wenn du Lebensmittel wie Karotten, Aprikosen und Melone in deine Mahlzeiten einbaust, kann dein Körper diese Beta-Karoten-Quellen in Vitamin A umwandeln und so die Nachtsicht und das allgemeine Wohlbefinden der Augen fördern. Auf deinem Weg durch die Berufswelt stößt du vielleicht auf Hindernisse und Autoritätspersonen, die den Wert deines kreativen Ansatzes und deiner fantasievollen Ideen nicht erkennen. Es kann entmutigend sein, wenn deine einzigartige Perspektive auf Widerstand oder Gleichgültigkeit stößt. Lass dich von diesen Herausforderungen jedoch nicht entmutigen oder dein Selbstvertrauen untergraben. Bleib dir selbst und deiner Vision treu, denn nur durch Beharrlichkeit und den unerschütterlichen Glauben an deine Fähigkeiten kannst du dir deinen eigenen Weg zum Erfolg bahnen. Denke daran, dass deine Ideen gültig sind und dass es deine Hartnäckigkeit ist, die letztendlich Barrieren niederreißen und Möglichkeiten für Wachstum und Anerkennung schaffen wird. In Herzensangelegenheiten bieten die himmlischen Energien des Tages eine Atempause, beruhigen die Turbulenzen in deiner Gefühlswelt und fördern ein Gefühl der Ruhe und Entspannung. Diese Gelassenheit bietet den idealen Hintergrund für den wunderschönen Tanz der Liebe, der es deinem Herzen ermöglicht, sich vollständig zu öffnen und seine wahren Wünsche auszudrücken. Lass die Ängste und Vorbehalte los, die dich in der Vergangenheit zurückgehalten haben, und nimm die Verwundbarkeit an, die mit der aufrichtigen Liebe zu einem anderen einhergeht. Vertraue auf die Kraft deiner Gefühle und die Authentizität eurer Verbindung. Lass dich von der Liebe leiten und schaffe eine nährende und leidenschaftliche Atmosphäre, die Grenzen überwindet und die Bindung zwischen dir und deinem Partner vertieft. Wenn du dich auf diese Reise der Selbstentdeckung und des emotionalen Wachstums begibst, ist es wichtig, wachsam und kritisch zu bleiben. Die Verbindung des Mondes mit dem illusorischen Neptun ist eine sanfte Warnung, dass du dich vor Menschen mit einem übermäßig charismatischen Auftreten in Acht nehmen solltest, da sie versuchen könnten, deine Verletzlichkeit auszunutzen. Auch wenn Scham verlockend sein kann, ist es wichtig, dass du in deinen Beziehungen Substanz und Authentizität bevorzugst. Vertraue auf deine Intuition und innere Weisheit, um echte Beziehungen von oberflächlichen Reizen zu unterscheiden. Auch wenn der Tag Momente der Ungewissheit und schwankender Energien mit sich bringt, kannst du dir sicher sein, dass Klarheit entstehen wird, wenn die Mond-Neptun-Verbindung abnimmt und die Wahrheit ans Licht kommt. Skorpion, während du die Tiefen deiner Gefühle durchwanderst und dich durch die Feinheiten deiner inneren Welt bewegst, denke daran, freundlich zu dir selbst zu sein und deiner eigenen Bedürfnisse zu achten. Finde Trost in der Ruhe deines eigenen Heiligtums und gönne dir das Geschenk der Entspannung und Selbstfürsorge. Mach dir die transformative Kraft der Selbstbeobachtung zu eigen und nimm die wahre Essenz dessen an, was du bist. Pflege deine Vision für die Zukunft, nicht nur für dein persönliches Wachstum, sondern auch für die Verwirklichung deiner beruflichen Ziele. Wenn es um Herzensangelegenheiten geht, lass dich von der Liebe leiten, wirf Hemmungen ab und feiere die Schönheit einer echten Verbindung. Vertraue auf dein eigenes Urteilsvermögen und bleibe unerschütterlich in deiner Authentizität. Die kosmischen Energien richten sich so aus, dass sie deine Reise der Selbstentdeckung und des Wachstums unterstützen. Umarme diesen Moment und trete in die Fülle deines Seins, denn in dir liegt die Kraft, Grenzen zu überwinden und die tiefe Schönheit des Lebens zu umarmen. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die Karte Stärke oder auch Kraft steht für eine tiefe innere Stärke und die Fähigkeit, Herausforderungen mit Anmut und Mitgefühl zu meistern. Sie verkörpert Mut, Geduld und die Fähigkeit, die wilden Seiten in uns zu zähmen. Wenn die Karte Stärke in einer Legung auftaucht, steht sie für eine Zeit der Widerstandsfähigkeit, der persönlichen Kraft und der Notwendigkeit, deine innere Stärke zu umarmen. Heute ist ein Tag, an dem du dich deinen engsten Stellen, deinen Mut nutzen und die Hindernisse des Lebens mit Anmut überwinden kannst. Die Karte Stärke ermutigt dich, den Löwen in dir zu umarmen, der für deine ungezähmten Leidenschaften und wilden Gefühle steht. Indem du Geduld und Mitgefühl kultivierst, kannst du die Kraft finden, diese Energien zu bändigen und sie in konstruktive Bahnen zu lenken. Heute leitet dich die Energie der Karte Stärke dazu an, die Tiefen deiner inneren Kraft zu erkunden. Mach dir deine Widerstandsfähigkeit zu eigen, vertraue auf deine Fähigkeiten und glaube an deine Fähigkeit, alle Widrigkeiten zu überwinden. Schöpfe aus deiner inneren Quelle des Mutes und der Entschlossenheit. Denke daran, dass die Karte Stärke für eine innere Transformation steht, eine Reise der Selbstentdeckung und Ermächtigung. Umarme die wilden Aspekte in dir, erkenne deine Ängste an und stelle dich ihnen mutig. Wisse, dass du die Kraft in dir hast, jedes Hindernis zu überwinden. Die Weltkarte verkörpert die Kraft der Vollendung, der Integration und der Verwirklichung unseres höchsten Potenzials. Sie zeigt eine Figur in einem Kreis, umgeben von den Symbolen der vier Elemente, die die Einheit aller Aspekte der Existenz und die harmonische Integration unseres Wesens symbolisieren. Wenn die Weltkarte in einer Legung auftaucht, steht sie für eine Zeit des Höhepunkts, der Errungenschaften und des Erreichens von geistiger und persönlicher Harmonie. Heute ist ein Tag, an dem du deine Errungenschaften feiern, die Einheit in dir selbst anerkennen und die Verbundenheit aller Dinge ehren kannst. Die Weltkarte lädt dich ein, die tiefgreifende Reise, die du unternommen hast, die Herausforderungen, die du überwunden hast, und die Weisheit, die du gewonnen hast, zu erkennen. Sie erinnert dich daran, dass du ein vollständiges und ganzes Wesen bist, das in der Lage ist, sein wahres Wesen anzunehmen und sein Licht in die Welt zu tragen. Heute leiten dich die Energien der Weltkarte dazu an, die Kraft der Integration und die Verflechtung aller Aspekte deines Lebens zu erkennen. Nimm die Harmonie zwischen deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele an. Erkenne die Einheit in deinen Beziehungen, in deiner Arbeit und in deiner Verbindung mit der Welt um dich herum. Denke daran, dass die Weltkarte für eine Zeit der Vollendung, der Integration und der Verwirklichung deines höchsten Potenzials steht. Mach dir diese tiefgreifende Energie zu eigen, denn du weißt, dass du ein erfülltes und freudiges Leben führen kannst, wenn du die Verbundenheit aller Dinge anerkennst und deine Ganzheit anerkennst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!